Unser Entenhund. Jack Russell, großer Entenjäger. Jack Russell, großer Entenjäger. Jack Russell, großer Entenjäger. Jack Russell, großer Entenjäger. Der einziger Hund auf der Welt, der Futter wegfrisst. Tommy, mach mal quack, 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 quack. Mach mal quack, 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 quack. Wer Eltenfutter kriegt, der muss auch quaken. Tommy, quack, 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 quack. Tommy, mach mal quack, quack, quack. Tommy, gehst du gleich auf Baden? Der klaut den Enten, der hat ja zu Futter, der sagt. Tommy, du bist eine Schande für deine Rasse. Du bist ein Jäger, ein Jack Russell. Ein Jack Russell soll jagen und nicht den Enten in Futter klauen. Nee, 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 wenn das die anderen Jack Russell sehen, ey. Oh, du lieber Gott. Hahaha. Haha. Hahaha. Hahaha. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Ja, du bist ein Entenfutterjäger. Nee, Tommi, bist du ein Jäger, ne? Ein Jäger des Entenfutters. Das fehlt noch, dass er das Gras frisst. Was ist los, Digger? Kein Futter mehr da. Hä? Verrückter. Will die Ente nicht beißen? Chili aus. Guck mal, da kommen Enten, die wollen nicht beißen. Die Enten haben mehr Jagdinstinkt als du, hä? Ja, ja, du bist mir ein Jack Russell, du. Nichts geht über eine riesige Freundschaft. Ja, du bist mir ein Jack Schmuzi, bist du, aber kein Jack Russell.